Ihr seid auch alle bereit und gespannt, also geht's ab. Ja, ich möchte heute, wie ihr seht, über Whistleblowing reden. Und was ist das eigentlich, das Whistleblowing? Also ursprünglich kommt das Wort aus England. Und zwar geht es darum, dass früher die Polizisten in England, bevor das Mobiltelefon und auch das Funkgerät erfunden wurde, da hatten die halt nur eine Pfeife dabei. Und wenn die irgendwo gesehen haben, dass ein Verbrechen passiert, dann haben sie sich dahingestellt und in ihre Pfeife geblasen. Und dann haben ihre Kollegen halt gehört, da wird die Pfeife geblasen. Und dann sind sie angerannt gekommen und dann standen eng, werden so viele Polizisten darum, dass der Verbrecher dann aufgegeben hat. Und daher kommt eigentlich der Begriff Whistleblowing. Also wenn man irgendwo ein Verbrechen sieht, dann soll man die Pfeife blasen und auf dieses Verbrechen aufmerksam machen. Heute verstehen wir ja da was anderes drunter. Und zwar, wenn jemand halt für die Regierung arbeitet und merkt, dass die Regierung halt Unrecht begeht, sozusagen ihre Macht missbraucht, Daten missbraucht und so weiter, dass man dann diese Daten öffentlich macht. Das hat den Hintergrund, wenn man halt der Regierung sagt, so wie du da arbeitest, so ist das nicht in Ordnung, dann sagt die Regierung häufig, ja, aber wir sind ja die Guten, du musst uns schon ein bisschen Spielraum geben. Wir dürfen das, weil das müssen wir machen, um auf bestimmte Verbrechen oder Terrorismus halt Einfluss zu nehmen. Und häufig hat die Regierung keine Möglichkeit, sich selbst zu korrigieren. Und nur dadurch, dass man halt die Öffentlichkeit da herstellt und das Ganze öffentlich macht, kann man die Regierung halt zum Undenken dann bewegen bei bestimmten Sachen. Und da möchte ich euch heute mal einige Whistleblower der jüngeren Geschichte vorstellen. Ich möchte euch erzählen, was die gemacht haben, wie die gearbeitet haben, warum die das veröffentlicht haben, um zu zeigen, wie man halt korrigierend auf seine Regierung einwirken kann. Und ich mache das jetzt natürlich nicht, um halt zu sagen, guck mal, da haben die was falsch gemacht und so weiter, weil das ist ja logisch, dass ich in jahrelanger Analyse mir das angucken konnte, was die gemacht haben. Und wenn man halt unter Zeitdruck irgendwas regeln muss, dann macht man halt auch Fehler. Ich mache das jetzt natürlich nur, um euch darüber zu informieren, falls ihr mal in eine ähnliche Situation kommt, worauf man alles achten muss und so weiter. Und in meinen Augen sind das natürlich alles Helden. Und ich möchte mich hier also auf keine Weise über die lustig machen. Also in der ersten, den ich vorstellen möchte, ist Bradley Manning. Und da werdet ihr natürlich sofort sagen, aber hallo, dieser Bradley Manning ist doch inzwischen als Chelsea Manning bekannt, weil er hatte ja eine Geschlechtsumwandlung gehabt. Aber ich möchte das gerne chronologisch richtig für euch erzählen. Und angefangen hat das Ganze als Bradley Manning. Bradley Manning ist in den USA, im Mittleren Westen aufgewachsen, ziemlich weit abseits, da, wo man halt so viel Farben um sich hat und so weiter. Vorteil hatte er, dass sein Vater war ein IT-Mensch und hat ihm relativ fluke C++-Programmierung beigebracht. Ich glaube, mit acht Jahren konnte Bradley Manning schon C++ programmieren. hat also deutlich einen Nerd-Ansatz, weil das hat ihm gefallen und so weiter. Aber als Nerd, sag ich mal, da kann man nicht so viel anfangen in der Kleinstadt. Also in der Kleinstadt kann man häufig nur Football, Baseball spielen, Basketball. Das sind so die Sportarten, die in den USA angeboten werden. Und wenn man so ein Nerd ist, dann müsste man eigentlich schon in die nächste Großstadt, um sich irgendwo in den Hackerspace anzuschließen und so weiter. Und das gab es alles nicht. Was da noch hinzukommt, ist, dass Bradley Manning, ja, wie ihr wisst, hatte ja eine Geschlechtsumwandlung, er hatte das Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein. Und das Problem ist, man muss sich ja dem erst mal selbst bewusst werden. Man ist im falschen Körper geboren und man weiß es nicht. Und man weiß nicht, warum man anders ist, woran es liegt. Und als Jugendlicher hat sich Bradley Manning auch geoutet und hat halt zugegeben, dass er in einen Jungen verliebt war. Und das hat sein Umfeld halt mitbekommen. Und er wurde deswegen auch in der Schule gemobbt. Also er hatte eigentlich keine schöne Kindheit. Ein Vorteil, wenn man so aufwächst, ist allerdings, dass man ein sehr feines Gespür für Gerechtigkeit entwickelt. Also Leute, denen alles in Schoß fällt, die nie Schwierigkeiten haben, die immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die gucken ja häufig weg, wenn gemobbt wird. Oder die merken es eigentlich einfach gar nicht. Weil die sagen sich, na, mir fällt ja alles zu, warum soll ich mich um die Schwächeren kümmern? Und jemand, der halt selbst gemobbt wird, dem fallen so Sachen wie Ungerechtigkeit halt viel mehr ins Gewicht. Bradley Manning hat dann auch nach der Schule Probleme gehabt, einen Job zu finden, hat dann verschiedene Jobs gehabt, hat ein Studium angefangen, aber wieder abgebrochen. Und ist dann auf die Reklame vom US-Militär reingefallen. Das US-Militär macht ja so Reklame wie, komm zu uns. Der Job ist mehr ein Abenteuer. Du kannst verreisen, tolle neue Leute kennenlernen und kannst ein Abenteuer erleben. Und wer ist dafür noch für uns bezahlt? Und Bradley Manning dachte, okay, das mache ich. Vielleicht bringt das Militär wieder Struktur in mein Leben. Ich bin sowieso unzufrieden. Hat sich dann verpflichtet, wurde dann Nachrichtenanalyst, wurde dafür speziell ausgebildet und ist dann in die Nähe von Bagdad geschickt worden. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, dass das nicht wirklich ein Abenteuer ist, weil Bagdad war zu dem Zeitpunkt schon sozusagen befreit, in Anführungszeichen, von den Amerikanern. Aber natürlich ein hochgefährliches Pflaster. Man konnte sich nach Bagdad nur mit einer Splitterschutzweste reinwagen, in einem schwer bewaffneten Konvoi. Bei der ganzen Hitze macht das überhaupt keinen Spaß und die Splitterschutzweste ist unbequem. Also wie gesagt, man kann den Stützpunkt eigentlich gar nicht verlassen. Man kann sich nur auf dem Stützpunkt aufhalten. Der Stützpunkt liegt mitten irgendwo in der Wüste, alles staubig, ziemlich heiß. Als Mannschaftsdienstgrad ist man auch nicht wirklich alleine. Man hat eine Gemeinschaftsunterkunft. Man hat nur Plätze, wo man sich gemeinsam mit anderen aufhalten kann. Da gibt es zum Beispiel so ein Fitnesscenter. Wie ihr seht, ist er eine kleine, schmächtige Person. Fitnesscenter war nicht so sein Ding. Dann kann man sich an der Kneipe irgendwo volllaufen lassen. Es gibt irgendwie so ein Areal, wo man so Playstation gegeneinander machen kann und so weiter. Und das war aber alles nicht so Bradleys Sache. Und deswegen hat er sich in seine Arbeit geflüchtet. Und er war ja Nachrichtenanalyst. Was musste er so machen? Er hat zum Beispiel so Aufgaben bekommen wie, wir wollen einen Versorgungskonvoi von A nach B schicken. Analyse doch mal, wie gefährlich das ist und wie wir diesen Konvoi am besten absichern müssten. Und dann guckt er in seine Datenbank nach. Guckt nach, wie viele Angriffe gab es in dem Gebiet. Ist das ein Rückzugsgebiet? Wie sind die Leute dort bewaffnet? Und macht dann so Empfehlungen wie leichter Schutz oder Schutz mit schweren Panzerwaffen oder Luftunterstützung ist notwendig für diesen Konvoi. Und nach dem 11. September hatten die USA ja das Problem, dass sie der Meinung waren, sie hätten diesen 11. September verhindern können, wenn nur genug Leute Zugriff auf die Datenbank gehabt hätten. Es gab Hinweise in verschiedenen Datensätzen, dass ein Attentat wie das vom 11. September geplant war. Aber es hatten nicht alle Leute Zugriff da drauf. Und die Leute, die Zugriff hatten, haben das halt als unrealistisch eingeschätzt, dieses Attentat. Nach dem 11. September haben die das genau umgekehrt gemacht. Sie haben ziemlich vielen Leuten Zugriff gegeben. Und einer von diesen Leuten war Bradley Manning. Bradley Manning hatte kompletten Zugriff auf alle Sachen im Irak und auch in Afghanistan und weitreichenden Zugriff. Und während seine Kollegen sich irgendwo an der Playstation vergnügt haben oder im Fitnesscenter, hat er sich halt die ganzen Daten angeguckt. Und das, was er dort gesehen hat, das kam ihm merkwürdig vor. Zum einen hat er dort halt gesehen, dass immer wenn irgendwo eine Drohne irgendwo reingeschossen hat oder ein Luftangriff irgendwo stattgefunden hat, dass da immer stand in der Presse, dass da nur feindliche Kämpfer getötet worden sind. Aber in seiner Datenbank stand genau drin, wie viele Zivilisten getötet worden sind. Und auch, dass die Kämpfer halt wesentlich umfangreicher waren, als sie in der Presse dargestellt worden sind. Also das ist ein Ungleichgewicht zwischen der öffentlichen Darstellung und der Wirklichkeit im Krieg gab. Und dann kam in ihm der Gedanke, ich muss das Ganze mal jemandem zeigen, einem Reporter. Das kann ja nicht sein, dass wir die Öffentlichkeit so belügen. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch ein relativ laxes Handhabung, was Sicherheit angeht. Und zu der Zeit ist es häufiger mal passiert, dass sich so ein Kampfhubschrauber mit Viren verseucht hat. Das Problem ist, in diesem Kampfhubschrauber sind ja auch ganz normale Computer eingebaut. Und die Leute sind dort halt hin mit ihrem USB-Stick und haben auf dem Kampfhubschrauber dann irgendwelche Spiele gespielt und haben dabei das Ganze dann mit Viren verseucht, das Teil. Ihr müsst euch vorstellen, der Kampfhubschrauber, der fliegt ja nicht ständig rum und ballert irgendwo auf Leute. Der steht ja die meiste Zeit auf dem Hangar und die Mannschaft ist halt dafür zuständig, den zu warten. Und denen ist dann halt langweilig und dann spielen die da halt Spiele drauf und versorgen halt das System dabei. Und das ist damals relativ häufig vorgekommen und deswegen gibt es heute diese Sicherheitsrichtlinien, wir dürfen keine USB-Sticks mehr an unsere Rechner anschließen und so weiter, wo wir drunter in einer Firma manchmal heute leiden. Das liegt daran, dass sie das damals alles sehr lax gehandhabt haben. Bradley Manning hatte einen Rechner gehabt, wo er auch einen CD-Schreib, so einen CD-Writer drin hatte und er hat sich halt CDs mitgebracht und die hat er sich an seinem CD-Spieler angehört. Hat sich dann die Musik angehört und hat sich dabei dann halt die Filme angeguckt, die er analysieren musste. Das sind teilweise Aufnahmen von Überwachungsdrohnen und er musste dann gucken, ist die Schafherde, die da durchläuft, ist das eine Schafherde? Oder sind da noch ein paar feindliche Kämpfer dabei? Oder sind das nur bewaffnete Schafherden? Oder ist das eine Hochzeitsgesellschaft? Oder ist das das Feinde? Wir wissen, es gab doch häufiger mal Verwechslungen und so weiter. Und weil das alles halt so wahnsinnig langweilig war, hat er dabei Musik gehört über seinen CD-Player. Und er hat sich jetzt wieder beschreibbare CDs mitgenommen, hat dann Lady Gaga draufgeschrieben. Und wenn er halt kontrolliert wurde und reingegangen ist und sich der Wachhabende diese CD angehört hat, hat er gesagt, okay, ist Lady Gaga Musik? Dann hat er die gelöscht, als er an seinem Schreibtisch war, hat er die Daten draufgespielt, hat die dann wieder als Lady Gaga Songs benannt. Und wenn er rausgegangen ist und die einmal drüber geguckt haben, haben sie gesehen, ah, ist immer noch Lady Gaga Musik drauf, kannst du raus. Entschuldigung. Und so hat er halt die Daten aus seinem Büro rausgeschmuggelt in seine Unterkunft. Dort hat er das Ganze auf eine SD-Karte kopiert, in sein Fotoapparat gesteckt und ist damit dann in die Heimat gefahren. In der Heimat hat er dann das ganze Material verschiedenen Zeitungen angeboten, renommierten Zeitungen in den USA. Und hat leider nur mäßig interessierte, gelangweilte Reporter getroffen und die waren an dem Material überhaupt nicht interessiert. Und dann war er schon total frustriert und dann hat er sich gedacht, in seiner Frustration, bevor ich jetzt wieder zurückfahre in den Irak, lade ich das Ganze mal bei Wikileaks hoch. Und das hat er dort anonym hochgeladen, das ging ja damals noch. Damals war Wikileaks ja noch voll einsatzbereit, man konnte anonyme Sachen dort hochladen und hat aber keine Rückmeldung bekommen und ist dann wieder in den Irak. Und wie wir alle wissen, ist das ganze Ding eingeschlagen wie eine Bombe bei Wikileaks. Die haben das mit verschiedenen Zeitungen, haben die das entsprechend aufbereitet, haben das weltweit gemeinsam veröffentlicht. Da war Al Jazeera, Der Spiegel war dabei, eine französische Zeitung, Der Guardian. In den USA war das, glaube ich, die Washington Post und die New York Times, die daran beteiligt waren. Und ich glaube, die New York Times und die Washington Post, das waren auch Zeitungen, wo Bradley Manning das Material denen vorher angeboten hat. Bloß das Problem ist, wenn man nicht den richtigen Reporter erwischt, dann kann er natürlich den Wert der Daten gar nicht erkennen. Und so im Nachhinein haben die sich bestimmt gedacht, Mensch, wir hätten das Material exklusiv haben können von Manning. Und jetzt haben wir es über Wikileaks bekommen. Da haben sie sich vielleicht geärgert. Aber so ist das nun mal, wenn man halt das nicht richtig aufbereitet und so weiter. So. Was Bradley Manning aber wollte, er wollte sich selber klar werden. Ich meine, er war ja immer noch nicht so richtig klar. Bin ich jetzt ein Mann? Bin ich eine Frau? Tue ich das Richtige? Was ist Gerechtigkeit? Er wollte darüber reden, was er getan hat. Also er hat jetzt gesehen, er hat über Wikileaks schon was angestoßen, aber er wollte eigentlich mehr. Er wollte, er wollte sich auch selber klar werden. Wie bin ich? Wie stehe ich in dieser Welt? Was ist Menschlichkeit? Und er hat Kontakt zu Julian Assange aufgenommen und hat den Kontakt auch hinbekommen. Und er wollte eigentlich bei Julian Assange sich ausheulen. Also er brauchte die Schulter zum Ausheulen. Und jetzt wissen wir alle, dass Julian Assange ist eine komplexe Person. Zu viel geeignet, aber wahrscheinlich nicht die richtige Schulter, die man braucht zum Ausheulen. Wir wissen alle, dass die beiden Kontakt hatten. Und zwar haben sie über XMPP miteinander kommuniziert und zwar über OTR verschlüsselt. Das ist eine sehr gute, sichere Verschlüsselung. Das bedeutet, selbst wenn die NSA diese Daten aufzeichnet, können sie im Nachhinein das Ganze nicht mehr entschlüsseln, weil dort gewisse Sessions-Keys verwendet werden und die werden später wieder vergessen. Und selbst wenn man halt den Originalschlüssel sich besorgt, kann man nachher nicht mehr entschlüsseln, was dort geredet wurde. Jetzt wissen wir aber trotzdem, dass Bradley Manning mit Julian Assange geschettet hat. Warum wissen wir das? Das Ganze ist in Sicherheitsfrachtkreisen unter dem Manning-Fehler bekannt. Und zwar hat Manning nämlich einen Lockpfeil gemacht. Er hat alles gelockt, was er mit Julian Assange kommuniziert hat. Aber er war nicht ganz doof. Er hat es auf einer verschlüsselten Festplatte gespeichert. Aber leider hatte diese verschlüsselte Festplatte nur ein Passwort von vier bis fünf Buchstaben, glaube ich. Das ist zu wenig. Das können die per Brutforce, innerhalb von Tagen knacken. Nehmt mindestens acht Buchstaben, lieber zwölf, sechzehn. Was sage ich? Nehmt 32 Buchstaben. Also je länger, umso besser. Große, kleine Buchstaben und Sonderzeichen dazwischen. Dann können die das nicht knacken. Fünf Buchstaben sind zu wenig. Das schaffen die in wenigen Tagen, das zu knacken. Das war leider sein Fehler gewesen. Und deswegen wissen wir heute, dass er mit Julian Assange geschnackt hat. Von den Sachen, die veröffentlicht wurden in den Gerichtsprozessen, ist bekannt, dass Julian Assange nicht ein Ohr für Bradley Mannings Sorgen hatte. Er hat ihn aber geschult in Sachen Hacking. Und zwar hat er zu Manning gesagt, du, besorg uns nochmal noch mehr Daten, aber mach das bitte pfiffig. Und zwar, mach das nicht alles über deinen Account, sondern besorg dir Administratorrechte. Dann hat Manning geguckt, was habe ich da so für Datenbanken. Julian hat ihn dann so geleitet, hat ihn angezeigt, was er machen musste und hat ihn so in dem Hacking ein bisschen ausgebildet. Und er hat dann immer mehr Daten runtergesaugt und hat die weiter veröffentlicht. Wir wissen zum Beispiel, dass er das Collateral Murder Video hat er veröffentlicht. Da geht es darum, dass eine Kampfhubschraubermannschaft über Bagdad gekreist ist. Die haben einen Reporter, haben die verwechselt, der hatte so ein Stativ hinten über den Rücken, das haben die mit einer Panzerfaust verwechselt, haben auf den geschossen. Als er dann verletzt am Boden lag, kam ein Van vorbei, wollte ihn helfen, ins Krankenhaus bringen und dann haben sie den Van auch noch kaputt geschossen. Diese Taktik nennt sich Double Tap und die wird halt verwendet, häufiger verwendet. Also die schießen erst eine Rakete rein über eine Drohne, dann warten sie fünf Minuten. Wenn die Helfer dann reinkommen, um die Verletzten rauszuholen, schießen sie noch eine Rakete rein, um maximalen Schaden anzurichten. Und warum dieses Video jetzt so abstoßend war, ist, dass die Hubschraubermannschaft halt die ganze Zeit über Sprechfunk quasi zu hören. Und die haben halt Witze drüber gemacht. Die haben halt gesehen, dass in dem Van Kinder drin waren, weil der war auf dem Weg zur Schule gewesen und haben dann Witze darüber gemacht, dass Terroristen doch so doof sind und ihre Kinder mit zur Schule nehmen. Aber es waren halt keine Terroristen. Es waren ganz normale Leute, die halt jemandem helfen wollten, der verletzt am Straßenrand lag. Und das Ganze ist dann später auch mit geringen Strafen als Kriegsverbrechen geahndet worden. Wikileaks hat nie irgendeine seiner Quellen veröffentlicht. Also nie ist eine Quelle, die sich an Wikileaks gewendet hat, jemals veröffentlicht worden. Also Wikileaks hat seine Quellen bis jetzt immer geschützt. Manning war jetzt aber eine Quelle und ist trotzdem veröffentlicht worden. Warum kann ich das behaupten? Manning hat sich nämlich leider selbst enttarnt. Und zwar wollte Manning immer noch sein Herz ausschütten und hat sich leider an einen amerikanischen Reporter gewendet, hat mit dem auch gechattet und hat ihm erzählt, was er getan hat. Und wenn ihr euer Herz ausschütten wollt, dann macht das bitte nicht bei einem US-Amerikaner. US-Amerikaner sind häufiger sehr viel patriotischer als wir. Also wir Deutschen, ich sage jetzt mal wir normalen Deutschen, inzwischen gibt es ja auch wieder unnormale. Wir wissen ja, dass wir zwei Weltkriege verloren haben und haben deswegen ein relativ geringes Patriotismusbedürfnis. In den USA ist das anders. In den USA muss man häufig, um studieren zu können, sich beim US-Militär verpflichten. Beim US-Militär kriegt man natürlich den Patriotismus auch eingeimpft und so weiter. Und häufig sind die auch von sich aus sehr patriotisch, die Leute feiern ihre Kriegshelden viel doller als wir. Und wenn dort jemand halt so eine Ehrenmedaille verliehen bekommt von der Armee, dann wird das auch ganz doll gefeiert. Bei uns findet das ja eher so im Stillen statt. Und halt Manning offenbarte sich halt diesem Reporter. Und Manning hat in dem Chat mehrfach gesagt, dass das doch bitte geheim sein sollte und dass er das bitte vertraulich behandeln soll. Aber sein Gegenpart hat darauf nie geantwortet und hat immer nur gesagt, ja erzähl mir, erzähl mal. Und Manning hat halt erzählt und hat es halt weitergemeldet und wurde deswegen dann auch verhaftet. Im Endeffekt muss ich allerdings sagen, ich glaube, Manning wollte aber verhaftet werden. Ich meine, hätte der ihn nicht verraten, irgendwann wäre es rausgekommen, weil er hat einfach zu vielen Leuten erzählt, was er gemacht hat. Und dann wurde Manning eingesperrt. Und das war natürlich eine relativ harte Zeit für ihn. Er wurde in der Gefangenschaft gefoltert. Also er musste sich zum Beispiel nackt ausziehen. Er hatte einen Selbstmordversuch hinter sich und danach haben sie ihn dann nackt in seine Zelle geschickt. Also wirklich ohne irgendetwas. Weil, damit er sich nicht selbst verletzen konnte, er saß dann stundenlang dort alleine ohne ein Buch. Dann haben sie ihm Musik gefoltert. Immer wenn er schlafen wollte, haben sie ihm laute Musik vorgespielt. Musste dann immer wieder rauskommen, wurde dann untersucht, seine Zelle, obwohl er ja da nichts reinschmuggeln hätte können und so weiter. Aber während dieser Zeit hatte er viel Zeit zum Nachdenken. Und unter anderem kam er auf die Idee, ich bin doch eine Frau und ich möchte gerne umoperiert werden. Und seitdem ist er dann auch als Schelser Manning bekannt. Und letztendlich wissen wir, dass Obama in einer seiner letzten Amtshandlungen sie halt begnadigt hat. Wobei begnadigt ist auch in Anführungsstrichen. Obama hat sie nicht wirklich begnadigt, sondern hat gesagt, die Strafe, die sie bekommen hat, war zu hoch gewesen. Die Strafe ist jetzt verbüßt. Und sie kann halt wieder gehen. Bei einer echten Begnadigung hätte sie noch wiederum Recht auf Schadensersatz gehabt für die Haft und so weiter. Aber das war keine echte Begnadigung. Das war mehr eine Strafminderung. Und Obama sagte dann, dass halt Schelser Manning halt zu hart bestraft worden ist und dass ihm das halt wehtut und dass er sie deswegen begnadigen muss. Und da habe ich gesagt, Obama, du alte Schlitzohr, seit vier Jahren bist du jetzt schon wieder Präsident und seit vier Jahren sitzt Manning in Haft. Und erst in den letzten paar Tagen deiner Amtszeit fällt dir auf, dass Schelser Manning ungerecht behandelt worden ist. Das kann ich dir nicht so richtig abkaufen. Warum hast du es nicht am Anfang deiner Amtszeit gemacht? Und die Sache ist eigentlich, dass wir solche Leute wie Schelser Manning brauchen wir eigentlich. Die müsste eigentlich in einem internationalen Ethikrat sitzen, weil Leute, die halt Ungerechtigkeit sofort erkennen können, die halt Daten, die tausende von Leuten gesehen haben und alle gesagt haben, ach, es ist schon in Ordnung, wenn die Kampfhubschraubermannschaft auf Schulkinder im Irak schießt und so weiter. Manning fand es nicht in Ordnung, hat es öffentlich gemacht und wurde dafür bestraft. Also meiner Meinung nach eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Aber so ist die Menschheit nun mal leider. Kommen wir zum nächsten Whistleblower, den ich vorstellen möchte, Edward Snowden. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Deswegen mache ich das mal ein bisschen schneller bei ihm und werde mich auf die wesentlichen Sachen berufen. Edward Snowden hat als ziviler Mitarbeiter für die NSA gearbeitet. Das ist in den USA gar nicht ungewöhnlich. Die NSA beschäftigt ihre eigenen Spezialisten, aber die beschäftigen halt auch Spezialisten von Firmen, wo sie dann sozusagen die Sachen als Dienstleistung dann einkaufen. Also man arbeitet dann halt bei einer Firma und wird dann sozusagen ausgeliehen an die NSA und arbeitet dort an verschiedenen Projekten mit. Und Snowden war nun auch jemand, der hat sich halt gewundert. Ich glaube, die Motivation von Snowden war mehr so, dass er halt sehr beeindruckt von dem Roman 1984 war, von Orwell und so weiter. Und dass er halt so ein bisschen die Angst hatte, die so die Überwachungsnerds so alle mit sich so ein bisschen um sich greift, dass der Staat viel zu mächtig wird, alles über uns speichert, alles auswerten kann und dass wir uns dann irgendwann nicht mehr frei in einer Gesellschaft bewegen können. Also in einer Gesellschaft, die ständig überwacht wird, da passen sich ja alle so dem Mainstream an. Keiner will auffallen, weil jeder, der auffällt, wird herausgepickt und wird durchsucht, muss Repästralien ergreifen. Und das hat Snowden so ein bisschen gefürchtet. Und Snowden hat sich dann so das politische Umfeld angeguckt und da gab es eine Senatsanhörung und da wurde dann halt, ich meine, es war irgendwie so ein Beobachter, der bei der NSA war, der wurde gefragt, werden auch Amerikaner überwacht? Weil die USA überwachen die ganze Welt und damit haben sie auch kein Problem. Aber sich selber wollen sie natürlich nicht überwacht wissen. Also im Land ist das FBI zuständig und die CIA und die NSA, die sind nur für außerhalb zuständig und dürfen auch nicht innerhalb der USA operieren. Snowden wusste aber, dass die NSA auch innerhalb der USA operiert, dass sie das halt alles nicht so genau nehmen, weil die wollen natürlich auch in den USA vor Terroristen schützen. Und bei dieser Senatsanhörung hat er halt gelogen, der das berichtet hat. Und Snowden hat das gesehen und hat sich gewundert und hat dann so mit seinen Kollegen geredet und hat gesagt, ja, der hat da gelogen vor der Senatsanhörung. Und seine Kollegen haben gesagt, ja, klar, wissen wir, aber ich meine, man muss ja halt lügen, um halt für Sicherheit zu sorgen. Und die Leute müssen ja nicht alles wissen, die müssen ja nur sicher sein. Und da hat er sich dann schon stark gewundert, dass seine Kollegen das alles so weggesteckt haben. Und dann ist ihm aufgefallen, als er so die ganzen Daten, auf die er Zugriff hatte, also er hat eine administrative Tätigkeit gemacht und als Administrator hat er halt weitreichende Zugriffe gehabt auf sämtliche Daten. Und ihm ist aufgefallen, dass zum Beispiel Russland viel weniger doll überwacht wird, als zum Beispiel Deutschland oder Österreich. Und dann hat er gesagt, Deutschland und Österreich, das sind doch eigentlich unsere Verbündeten. Warum überwachen wir die viel mehr als zum Beispiel Russland? Und das fand er alles so merkwürdig. Und dann hat er angefangen, so die Daten zu sammeln und zu speichern. Und gemacht hat er das. Er hat das alles auf so einer Micro-SD-Karte gespeichert. Und wenn er die mit rausgenommen hat, dann hat er so einen Zauberwürfel dabei gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr noch diese alten Zauberwürfel kennt, wo man die Farben so hindrehen muss. Da bei den ganz alten, da konnte man diese Plättchen abmachen. Und dann, wenn jemand halt nicht so pfiffig war wie ich und die Farben nicht wieder hingekriegt hat, hat er halt die ganzen Plättchen abgekratzt, hat die wieder draufgepackt und hat die Farben wieder richtig gemacht und dann konnte ich wieder von vorne loslegen. Und wenn man aber diese Plättchen abgekratzt hat, dann war er unter so einem Hohlraum. Und da hat er halt diese Micro-SD-Karte reingesteckt und hat das dann wieder zugemacht. Und als er dann rausgegangen ist, lässig wie er war, hat er den Würfel dem Wachmann zugeworfen und hat gesagt, mach den mal ordentlich. Und dann ist er durch den Scanner durchgegangen, wurde gescannt und gefiltert. Und der Wachmann, hab ich nicht hingekriegt, gib den Würfel zurück. Und schwupps hat er das Ding draußen. Wurde nicht gescannt. Und so hat er halt relativ viele Daten rausgeschmuggelt und hat die dann zu Hause bei sich weiter analysiert und so weiter. Und kam dann zu dem Schluss, das muss ich jetzt auch mal öffentlich machen, das geht so nicht an. Und dann hat er Kontakt gesucht zu Glenn Greenwald, wie wir alle wissen, und hat erstmal unverschlüsselt Kontakt mit ihm aufgenommen und hat gesagt, verehrter Glenn Greenwald, wir könnten doch mal eine schicke Sache aufziehen und dazu musst du jetzt aber erstmal Verschlüsselung leeren. Und ich möchte gerne mit dir mit per Gnu Privacy Guard GPG oder PGP kommunizieren. Und dann hat er ihm auch ein Lehrvideo geschickt, wie das alles funktioniert und so weiter. Und Glenn Greenwald dachte, was ist denn das für ein Nerd, der will mir wieder was über Champ Trails erzählen. Ach, Schwachsinn, darauf lasse ich mich gar nicht ein. Also Glenn Greenwald nahm das gar nicht so ernst. Er hatte aber auch noch Kontakt zu Laura Poiters. Sie war im Wikileaks-Umfeld aktiv gewesen und hatte dort relativ viele Interviews und auch schon eine Doku mit Julian Assange gemacht. Und die konnte er überzeugen, dass er halt im Geheimdienst arbeitet. Und Laura hat dann wieder Glenn überzeugt, dass es doch sinnvoll wäre, mal mit ihm zu kommunizieren. Und dann hat Glenn gesagt, okay, dann werde ich mir dieses dumme Gnu-PGP-Zeug da mal reinziehen, auch wenn das kompliziert ist und so weiter. Und dann haben die einige E-Mails ausgetauscht. Und Snowden hat dann aber gesagt, nee, ich möchte keine anonyme Quelle sein. Ich möchte wirklich mit meinem Gesicht dahinterstehen und ich möchte wirklich der Welt erzählen, was ich erlebt habe. Und niemand soll sagen können, das hat sich irgendjemand nur ausgedacht oder das ist irgendein frustrierter Spinner. Ich möchte da mit meinem Gesicht dahinterstehen und ist deswegen nach Hongkong geflogen und hat gesagt, wir treffen uns in Hongkong in einem Hotel und dann gebe ich euch die Daten und dann könnt ihr die Reportage machen, dann können wir das Interview machen. Laura kann ihren Film drehen und so weiter, der später Oscar prämiert wurde, die Doku über Snowden, könnt ihr euch ja alles angucken. Und da will ich das dann alles veröffentlichen. Und Erkennungszeichen war wieder sein Zauberwürfel. Also er ist der kleine Nerd, der mit Zauberwürfel in der Lobby sitzt und daran konnte ihn Glenn Greenwald dann erkennen. Und als sie ihn dann erkannt haben, haben sie einen älteren Herrn erwartet und waren dann überrascht, dass er so jugendlich ist, sind dann mit ihm aufs Zimmer gegangen, haben ihn interviewt, haben die Daten rausgenommen und so weiter. Und dann haben sie die Story veröffentlicht und Snowden war immer noch in Hongkong in seinem Hotelzimmer. Und plötzlich wusste die ganze Welt, dieser Mann von der NSA hat offenbart der Welt, hat sozusagen die NSA-Affäre ausgelöst. Das war ja damals, waren wir gerade im Wahlkampf gewesen. Und da haben die Parteien sich natürlich sehr doll bemüht, die CDU und die FDP vor allen Dingen, die ja zu der Zeitpunkt noch an der Macht waren, das Ganze klein zu reden. Sie haben uns ein No-Spy-Abkommen in Aussicht gestellt, haben gesagt, das ist ja alles gar nicht so schlimm und so weiter. Und die überwachen ja die bösen Russen, aber nicht uns. Es war ja noch nicht alles so vollständig klar. Und man wollte den Wähler halt im Wahlkampf beruhigen. Snowden hat sich ja eine relativ gute Taktik ausgesucht. Er hat zum Beispiel das ganze Material hat Glenn Greenwald übergeben und hat gesagt, lieber Glenn, veröffentliche das nur selber oder über ausgewählte Journalisten. Während damals bei Wikileaks gab es ja diesen Vorwurf, dass Julian Assange Blut an den Händen hat. Weil er hat ja Sachen veröffentlicht und Namen von Informanten an denen hätte man Racheakte übernehmen können und so weiter. Und Snowden hat gesagt, so was will ich nicht, schwärzt die Namen, veröffentlich nur das, was notwendig ist und so weiter. Und es soll alles richtig journalistisch überarbeitet sein. Und er hat das Ganze so übergeben, dass man daraus kleine Pakete machen konnte. Also man konnte immer wieder kleine Skandale hervorziehen und die regelmäßig veröffentlichen. Und dadurch konnte man halt diese Affäre längere Zeit am Laufen halten. Wenn man einmal alles auf einmal rausgibt, dann hat man sein ganzes Pulver verschossen und hat zwar einen riesen Tamtam gemacht, einen riesen Shitstorm aufgelöst, aber ihr wisst ja alle, nächsten Morgen kommt dann wieder ein lustiges Katzenvideo und alle sagen, oh, ist die süß und haben alles wieder vergessen. Und man muss halt immer wieder nachlegen, nachfeuern. Wir wissen alle, Frau Merkel sagte, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Schwupps, kam die nächste Snowden veröffentlicht, der BND überwacht auf Freunde. Und das auch noch im Auftrag der NSA. Und zwar haben wir die Franzosen überwacht, wir haben den amerikanischen Außenminister überwacht, wir haben die Österreicher überwacht. Und ja, da hat Frau Merkel gesagt, ich stehe nach wovor zu meinem Zitat und bin überrascht, dass der BND das nicht gewusst hat, dass ich das gesagt habe. Nein, das hat sie nicht gesagt, aber sie redet sich ja immer raus irgendwie. Ich bin aber noch an der Stelle, wo Snowden in Hongkong war. Jetzt ist ja Snowden bekannt gewesen, die ganzen Reporter wussten das und jedes Blatt der Welt hat seinen Reporter nach Hongkong geschickt und die wollten alle Snowden interviewen, haben sich alle vom Hotel aufgebaut und so weiter und wollten alle ein Bild haben von ihm. Und kein einziger dieser Reporter ist auf die Idee gekommen, dass der arme Junge doch vielleicht in Hongkong gar nicht so gut aufgehoben ist. Also Hongkong ist nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste Wahl. Also Hongkong gehört ja inzwischen zu China. China und die USA sind durchaus zwei Staaten, die sich nicht so grün sind. Das Dumme ist aber nur, Hongkong hat ein Auslieferungsabkommen mit den USA, China nicht. Also in Hongkong kann er ausgeliefert werden und natürlich haben die USA sofort hingeschrieben, wir wollen den Jungen ausgeliefert haben, haben dabei aber einen Rechtschreibfehler eingebaut und da haben die Chinesen dann wieder gesagt, oh, wenn da ein Rechtschreibfehler drin ist, dann kann das ja nicht echt sein, das Auslieferungsabkommen. Dann werden wir das nicht beachten. So, glücklicherweise hat Julian Assange sein Special-Einsatz-Team geschickt, um Snowden aus Hongkong rauszuschmuggeln. Und zwar haben sie ihn erst mal aus dem Hotel geschmuggelt, an den Reportern vorbei und haben ihn versteckt bei philippinischen Asylsuchenden in Hongkong. Das ist halt so ein Schmuddelfittel, etwas außerhalb von Hongkong und da haben sie ihn halt in so einer Wellblechhütte versteckt. Und da hat er dann den kleinen Kindern, die dort auch mit waren, die durften dann an seinem Handy rumspielen und er durfte dann dafür bei denen übernachten und bei denen mitessen und so weiter. Und die haben ihn versteckt. Das Tragische an der Geschichte ist, dass die philippinische Familie, die ihn versteckt hat, die ist inzwischen abgeschoben worden. Also das hat denen leider nichts genützt, dass sie Snowden geholfen haben. Da haben die Behörden in Hongkong kein Herz für gehabt. Letztendlich haben sie ihn dann aber zum Flughafen geschmuggelt. Am Flughafen haben sie ihn durchgewunken. Wie gesagt, sie haben gesagt, Rechtschreibfehler drin, außerdem aus den USA, wollen wir nicht beachten. Und er ist weiter geflogen nach Russland und zwar nach Moskau und wollte aber von Moskau eigentlich weiterfliegen. Und jetzt bitte spitzt die Ohren, was immer in den Medien falsch berichtet wurde, ist, er ist nach Russland geflüchtet. Immer steht irgendwo drin, wenn über Snowden geredet wird, er ist nach Russland geflüchtet. Das ist aber falsch. Er ist in Russland gestrandet. Er wollte von Russland weiterfliegen nach Bolivien. Bolivien war der einzige Staat, der ein Asyl für ihn angenommen hat. Kein anderes europäisches Land wollte ihn haben. Alle haben ihn abgelehnt. Sogar Ecuador hat ihn abgelehnt, was mich wundert, weil Ecuador hat ja Assange Asyl angeboten. Aber Bolivien hat ihm das angeboten und er wollte eigentlich nach Bolivien weiterfliegen. Aber er konnte nicht weiterfliegen, weil die USA hat ihm inzwischen seinen Reisepass entzogen und versucht mal ohne Reisepass ein Flugzeug zu besteigen. Dasselbe Problem haben die Flüchtlinge, die nach Europa wollen. Ein Flug von Afrika nach Europa kostet 400 Euro, könnte sich eigentlich der Flüchtling leisten. Er muss aber 1.000 Euro zahlen, um über das Schlauchboot nach Europa zu kommen und sein Leben riskieren. Alles nur, weil er keinen Reisepass hat und nicht mit der Fluglinie fliegen kann und weil er halt auch kein Visum hat. Und ohne Reisepass kommt man halt nicht weg. Das Dumme ist, er war im internationalen Bereich des Flughafens. Er kam auch nicht raus, weil ohne Reisepass konnte er auch nicht nach Russland rein. Und so saß er halt nun fest im internationalen Bereich. Kein Land wollte ihn haben. Okay, Bolivien wollte ihn haben, aber nach Bolivien konnte er nicht. Und dann gab es diesen einen Flug nach Kuba. Und er hatte sich ein Ticket für diesen Flug gekauft. Und alle Reporter wussten das und haben sich auch ein Ticket gekauft für den Flug. Und sind dann alle eingestiegen und er war nicht drin. Sein Platz blieb leer. Und dann mussten die ganzen Reporter einmal nach Kuba fliegen. War leider nur eine Finte gewesen. Und dann kam der Tag, wo der bolivianische Staatspräsident auf Staatsbesuch in Moskau war. Und dann ist er dort mit seiner bolivianischen Air Force One hingeflogen, mit seinem Flugzeug, dort gelandet und wollte natürlich mit seinem Flugzeug auch wieder zurück. Und jetzt hat Wikileaks Special-Eingreiftruppe ein total geniales Ablenkungsmanöver gemacht. Die haben nämlich ständig angerufen in der bolivianischen Botschaft und haben dort teilweise unverschlüsselt, teilweise aber auch verschlüsselt Kommunikation ausgetauscht. Und sie wussten, dass die NSA das abhört. Und jetzt hat sich die NSA gedacht, oh, die Wikileaks-Leute aus ihrer Zentrale in London, wir wissen ja, die Wikileaks-Zentrale ist in der äquatorianischen Botschaft in London, die rufen ständig bei der bolivianischen Botschaft in Moskau an. Das ist sehr verdächtig. Die werden doch wohl den Snowden nicht in der Air Force One von Bolivien ausschmuggeln wollen. Da werden wir das Flugzeug mal abfangen. Und schwupps, war das Flugzeug über Europa, haben sie gesagt, ihr dürft nicht in den französischen Luftraum einfliegen. Da haben die gesagt, okay, dann fliegen wir über Spanien. Ja, Spanien ist auch gesperrt. Da haben die gesagt, ja, Spanien, Frankreich, wie sollen wir dann nach Südamerika kommen? Wir müssen landen. Und wo sind sie gelandet? In Österreich. Warum in Österreich? Österreich ist kein NATO-Mitglied. Ja, aber dann hätten sie doch auch in der Schweiz landen können. Schweiz ist ja noch neutraler. Und da muss ich euch leider sagen, die Schweiz ist gar nicht so neutral, wie sie tut. Die Schweiz ist nämlich NATO-Mitglied. Zwar nicht offiziell, aber das nennt sich Partnership for Peace. Immer wenn ein NATO-Manöver ist, sind auch Schweizer Soldaten anwesend. Die sind halt irgendwie über so einen Vertrag verbandelt mit der NATO. Sie sind nicht offiziell Mitglied, aber irgendwie sind sie doch dabei. Und wenn ihr euch mal mit den NATO-Geheimarmeen Gladio beschäftigt, dann werdet ihr wissen, dass auch die Schweiz dort fest eingebunden war an dieses Geheimarmeen-Projekt. Die sind also gar nicht so neutral, wie sie tun. Österreich ist da neutraler, deswegen ist die Maschine in Österreich gelandet. Dann gab es natürlich ein Hin und Her. Die Bolognianer haben halt internationale Protestnote gesendet, aber konnten letztendlich nicht verhindern, dass die Maschine durchsucht wurde. Und natürlich war Snow nicht an Bord gewesen. Und es hat sich trotzdem keiner entschuldigt für die ganze Aktion. Putin hat gesagt, das geht ja so mal gar nicht. Dieser Bolognianer, dieser Präsident war mein Gast gewesen. Und er ist ein Staatsoberhaupt. Und der nötige Anstand gebietet ist, dass man ihn im internationalen Luftraum nicht hätte belästigen dürfen. Und dass die NATO das trotzdem gemacht hat. Auf Anweisung der USA ist ein eklatanter diplomatischer Verstoß. Und weil ihr alle so gemein seid, werde ich jetzt einfach dem Snowden mal Asyl geben. Und das war der einzige Grund gewesen, warum Snowden plötzlich Asyl in Russland bekommen hat. Und er ist dort auf keinster Weise hingeflohen. Er hatte nie vorgehabt, nach Russland zu fliehen. Und er hatte auch längst alle seine Daten gar nicht mehr dabei, weil die hatte ja schon alle in Hongkong an Glenn Greenwald abgegeben. Er hat nichts an den hier russischen Geheimdienst übergeben. Und er war einfach nur froh, dass er endlich mal von dem Flughafen wieder runterkam. Weil da kann man halt sich schlecht waschen. Man muss immer auf diesen unangenehmen Schalen sitzen, übernachten und so weiter. Endlich konnte er wieder in einem normalen Bett und ein normales Leben anfangen. Konnte wieder Videokonferenzen machen, konnte Interviews geben und so weiter. Also er war sehr froh, dass er dieses Asyl dort in Russland bekommen hat. Und das ist einzig und allein der schlechten Arbeit des amerikanischen Geheimdienstes zu verdanken, der halt Putin sehr verärgert hat. Ja, wenn wir uns das Ganze jetzt rückwirkend angucken. Wir in Deutschland waren ja das einzige Land, das wirklich einen NSA-Untersuchungsausschuss hatte. Wir wissen ja auch, dass Österreich sehr stark überwacht worden ist und dass auch in Frankreich hat die NSA Gesetzesübertritte gemacht und so weiter. Eigentlich gibt es ja kein Land auf der Erde, wo die NSA nicht rumgeholzt hat. Ich meine, die Russen sagen ja jetzt, okay, wir sind der Feind, bei uns ist das normal, aber Deutschland sagt sich, wir sind nicht der Feind. Und warum hat die amerikanische Botschaft in Berlin solche Antennen, mit denen sie den Handyverkehr abhören, von unseren Abgeordneten? Weil der Bundestag ist ja nicht weit von der amerikanischen Botschaft entfernt in Berlin. Und dann gab es halt einen Untersuchungsausschuss und schon in der ersten Sitzung vom Untersuchungsausschuss wurde gesagt, was der BND macht, das ist alles illegal, das hat keine Gesetzesgrundlage, das kann man so nicht hinnehmen. Das waren ehemalige Verfassungsrichter, die das gesagt haben, dann waren dort auch Nerds vom Chaos Computer Club, die gesagt haben, wir haben vom Fernsehturm Fotos gemacht, von den Dächern der Botschaft, der englischen und der US-Botschaft und die Antennen, die dort stehen, die sind eindeutig zu Abhörmaßnahmen da. Das sind keine Antennen, die man für irgendwas anderes gebrauchen kann und so weiter. Trotzdem ist absolut nichts passiert. Diese Antennen stehen nach wie vor da. Alles, was der BND bis jetzt ohne Gesetzesgrundlage gemacht hat, wurde nachträglich legalisiert. Der BND wird immer noch nicht richtig kontrolliert, wenn der BND, der BND hat ein Kontrollgremium, aber er muss dem Kontrollgremium berichten. Was der BND dem Kontrollgremium nicht berichtet, wird auch nicht kontrolliert. Also wenn der BND es vertuschen möchte, dann berichtet er einfach nicht und dann werden wir es auch nie erfahren. Und wenn ein Kontrolleur herausfindet, dass der BND irgendeinen Miss gebaut hat, dann darf er darüber nicht öffentlich reden, weil das halt geheim ist. Und im Gegensatz zu den USA, wo nach 20 Jahren alles veröffentlicht wird, also wir wissen ja zum Beispiel das Debakel in der Schweinebucht und hier, da gab es auch noch so andere Sachen, die veröffentlicht worden sind. Also, ach ja, stimmt, hier der Vorfall im Golf von Tonkin, da haben die USA gelogen. Sie haben gesagt, sie sind von einem nordkoreanischen Schnellboot angegriffen worden und als sie nach 20 Jahren die Unterlagen veröffentlicht haben, konnten wir in den Unterlagen sehen, der Vorfall war ganz anders gewesen. Also der Kriegsgrund gegen Vietnam war erstunken und erlogen, war so eine genannte False Flag Aktion gewesen. Das wissen wir alles nach 20 Jahren, weil die Amerikaner die Papiere veröffentlichen müssen. Hier in Deutschland bleibt alles auf ewig geheim. Es gibt immer noch Entschuldigung, Papiere aus den Anfängen des BNDs, wo der BND hochkarätige Nazis nach Südamerika geschmuggelt hat. Und dann gab es Reporter, die haben das angefragt und da hat die Bundesregierung gesagt, das ist alles geheim. Frau Merkel hat es so formuliert, lasst es mich sinngemäß wiedergeben, die Veröffentlichung dieser Papiere würde auch nach Jahren noch das Ansehen unserer Gebündeten, unserer Verbündeten entzürnen oder unser Ansehen halt uns schlecht dastehen lassen oder so ähnlich hat sie es formuliert. Also im Klartext hat sie gesagt, der BND war in seiner Anfangszeit so kriminell, dass wir es auch heute, ein halbes Jahrhundert später nicht veröffentlichen dürfen, weil es, weil das würde halt keiner glauben, so wie kriminell die waren. Und naja, ich finde das einfach so eine schwache Leistung, dass das alles rauskommt. Wir wissen das alle hier im Raum. Aber ich meine, außerhalb dieses Raum, es interessiert die Leute einfach nicht. Die gehen weiterhin zu Facebook, die veröffentlichen ihre Daten überall und sagen sich, ach, die NSA verhaftet ja nur die Bösen, ich habe ja nichts zu verbergen. Also meine Meinung ist, wer nichts zu verbergen hat, der hat bereits alles verloren. Snowden sagte mal ein sehr schönes Zitat und zwar sagte er, lasst es mich sinngemäß wiedergeben, wenn du sagst, du hast nichts zu verbergen, das ist dasselbe, als wenn du sagst, ich brauche keine Meinungsfreiheit, weil ich keine Meinung habe. Also so ähnlich hat er es formuliert. Was er damit sagen wollte, ist, wir haben alle ein Recht auf Privatsphäre und wir müssen uns dieses Recht auf Privatsphäre erstreiten, weil die Politiker machen es nicht und die Geheimdienste schon mal gar nicht, weil die hören alles ab, was möglich ist. So, ich möchte in meinen letzten Minuten noch auf Reality Winner eingehen. Das ist ein Selfie von ihrer Facebook-Seite. Reality Winner war eine Sprachspezialistin beim NSA angestellt und zwar hat sie verschiedene arabische Dialekte, kann sie sprechen und das ist sehr wertvoll für die NSA, weil die NSA hat ja auch verdeckte Leute vor Ort, das sind meistens aber CIA-Mitarbeiter dann, die werden dort eingeschmuggelt in verschiedene Rebellengruppen und die machen dort Audi-Aufnahmen. Und diese Audi-Aufnahmen leiden dann irgendwann bei Reality Winner, die tippt die ab und dann wird das Ganze dann ausgewertet. Das Ganze hat den Hintergrund, die USA will ja immer gerne Waffen nach Syrien liefern, aber nur an gemäßigte Rebellen. Um herauszufinden, ob es wirklich gemäßigte Rebellen sind, schicken sie erst mal Spitzel dorthin, kundschaften die aus und die liefern dann zurück, ist Al-Qaida, ist Al-Nusra, ist irgendwas anderes oder ist gemäßigte Rebellen. Und wenn es gemäßigte Rebellen sind, dann kriegen sie irgendwann eine Lieferung, werden ausgerüstet und sobald sie die Waffen haben, sagen sie so, jetzt sagen wir mal, dass wir wirklich sind und fangen an, auf der falschen Seite zu kämpfen. Aber Spaß beiseite. In Wirklichkeit ist das alles wesentlich komplexer, aber auf jeden Fall hat sie halt dort Analysen gemacht. Was war jetzt ihr Fehler gewesen? Sie hat ein Papier veröffentlicht und zwar, dass die Russen sich in den Wahlkampf eingemischt haben. Als der Wahlkampf zwischen Trump und Hillary war, war ja immer das Gerücht da, dass Trump eine Verbindung nach Russland hatte und dass sein Wahlkampf von Russland auch unterstützt wurde. Und sie hat ein Papier halt veröffentlicht, insgeheim. Sie wollte nicht, dass ihr Gesicht öffentlich wird und sie auch nicht, dass jemand weiß, dass sie dieses Papier veröffentlicht hat, in dem halt eine Verbindung zwischen Trump und so einer russischen Connection nahegelegt wird. Das Papier, lest das am besten selber nach, ist selber nur eine Aussage von jemandem, der darüber spekuliert. Also das Papier an sich ist schon ein bisschen merkwürdig, aber sie hat es eigentlich relativ geschickt gemacht. Und zwar ist sie damit nicht zu irgendeinem Reporter gegangen, wie Bradley Manning, der dann später gesagt hat, was interessiert mich das Material, kann ich nicht gebrauchen. Sie ist zu Intercept gegangen. Intercept ist das Magazin, das Glenn Greenwald gegründet hat, nachdem er die Snowden-Geschichte veröffentlicht hat. Also die Snowden-Geschichte hat er noch über den Guardian veröffentlicht und dann hat er extra ein, sozusagen eine Redaktion für Whistleblower eröffnet. Also wo er halt, sag ich mal, geheime Sachen veröffentlicht. Diese Seite heißt The Intercept und dort hat sie das Ganze veröffentlicht. Das ist natürlich relativ pfiffig, weil bei The Intercept arbeiten natürlich Reporter, die schon halt, sag ich mal, auf Whistleblowing spezialisiert sind, die genau wissen, was sie tun. Wenn ich zum Beispiel einen USB-Stick an irgendeine Redaktion XY schicke, sag ich mal, einen verschlüsselten, dann wird er dort erstmal entschlüsselt, dann wird das ganze Material analysiert, dann laden sie das in ihre eigene Redaktions-Cloud hoch, die bei Amazon gehostet wird, und unverschlüsselt arbeiten sie dann dran weiter. Also ein normaler Reporter, von dem kann man halt nicht erwarten, dass er damit richtig sicher umgeht. Der weiß das halt nicht. Der lässt auch über den Praktikanten seine PGP-Mails entschlüsseln und lädt sie danach in die Cloud hoch, weil dem ist halt nicht bewusst, warum man ihm verschlüsselte Nachrichten schickt und warum es wichtig ist. Und ein normaler Reporter denkt auch nicht, der denkt ja, ich arbeite mit der NSA zusammen. Die NSA sind ja die Guten. Warum muss ich halt von der NSA Sachen verheimlichen und so weiter. Und da hat sie sich eigentlich schon relativ geschickt entschieden, dass sie sich halt an Intercept gewandet hat. Allerdings ist dann eine dumme Sache passiert und zwar der Reporter, der Journalist, der für sie zuständig war, der hat, bevor er die Geschichte veröffentlicht hat, hat er das ganze Material nochmal an die NSA geschickt mit der Bitte, nochmal drüber zu gucken, weil es könnte ja sein, dass eine laufende Operation sozusagen gefährdet wird durch das Material. Das sehe ich jetzt bei dem Material nicht, das sie halt veröffentlicht hat, aber er hat es halt trotzdem gemacht und er hat wirklich das Originalmaterial rüber geschickt. Also das Material, das sie in ihrem eigenen Büro auf ihrer Arbeit bei der NSA ausgedruckt hat. Und das darf man natürlich überhaupt nicht machen, weil da sind Farbcodes drin. Selbst wenn man schwarz-weiß ausdruckt, werden dort gelbe Punkte reingedruckt, die man halt so beim oberflächlichen Lesen und bei schlechtem Licht übersieht man die auch sofort. Aber anhand dieser Punkte kann man nachvollziehen, erstens wer das ausgedruckt hat und auch wo das ausgedruckt worden ist. Und da hat die NSA natürlich gesagt, hey, danke, dass du uns das Material zugeschickt hast. Da werden wir gleich mal die zuständige Mitarbeiterin dafür aus dem Verkehr ziehen. Und dafür hat dieser Journalist dann auch relativ viel Ärger bekommen. Und was ich euch letztendlich sagen will, ihr dürft keinem Journalisten vertrauen. Nicht mal einem Journalisten, der bei so Intercept arbeitet, weil Fehler passieren immer. Ich möchte euch da mal eine Geschichte erzählen, die mir selbst passiert ist. Und zwar habe ich auch mal in einer kleinen Webredaktion gearbeitet und wir haben auch so ein Stadtmagazin rausgebracht. Und wir hatten so eine Art Mini-League gehabt. Und zwar gab es Unregelmäßigkeiten beim sozialen Wohnungsbau. Und wo es wurde vermutet, also man muss sich normalerweise per Paragraf 5-Schein in so eine irre lange Liste eintragen und nach ein paar Jahren kriegt man dann irgendwann so eine subventionierte Wohnung. Und es gab halt immer wieder Leute, die haben sofort eine Wohnung bekommen und da wurde halt vermutet, dass sie da irgendwie mit Bestechung gearbeitet haben. Und da hatten wir halt so ein kleines Mini-League in der Redaktion. Und wir waren halt so ein Stadtmagazin, das hat halt viele Fotos gehabt und wenig Text. Und der Redakteur, der das bearbeitet hat, der hat halt die Leute, die das geleakt haben, davon überzeugt, dass er ein Foto von ihm machen durfte. Aber hat denen natürlich gesagt, ich werde eure Gesichter verpixeln, damit man nicht sieht, wer ihr seid. So, und ich hatte an diesem Wochenende gerade Dienst gehabt. Und immer bevor wir das Ding in Druck gegeben haben, haben wir das auf dem Farbdrucker ausgedruckt. Und meine Aufgabe war es eigentlich immer nur zu prüfen, sind alle Anzeigen drinne, ist das Verhältnis von Foto und Text richtig, haben wir keine richtig groben Rechtschreibfehler drinne. Also ich habe sozusagen die Endkontrolle nochmal an dem Wochenende gehabt. Und ich gucke mir das so an und von der Redaktionssitzung wusste ich halt, dass die ganzen verpixelt da drinne sein wollten. Und ich sehe aber das Foto, alle Gesichter schön im Klartext drinne. So, und dann rufe ich an, in der Redaktion natürlich keiner mehr da, in der Grafikabteilung keiner mehr da. Und ich kannte aber einen von den Typen rein zufällig. Dann rufe ich den an und sage, du, ihr wolltet doch verpixelt in der Ausgabe drinne sein. Sagt er, ja, das wollten wir. Also ich sage, ich habe das hier gerade vorliegen, ihr seid alle unverpixelt. Und wenn ich das jetzt in Druck gebe, dann weiß morgen jeder, wer ihr seid. Sagt er, ja, danke, dass du mich anrufst. Und der Typ war zufälligerweise auch noch Grafiker gewesen, hat gesagt, du, ich bearbeite das Foto mal eben bei mir, schick dir das und dann kannst du das hier austauschen und dann kannst du es in Druck geben. Gesagt, getan, gemacht. So, und am Montag bin ich dann wieder in der Redaktionssitzung und dann sage ich natürlich, Leute, da ist am Wochenende eine ganz schlimme Sache passiert. Und dann sagen sie, ach, ist doch nicht so schlimm. Sag ich zum Reporter, warum hast du das Gesicht nicht verpixeln lassen? Sagt er, ja, wieso? Ich habe der Grafikabteilung Bescheid gesagt, die soll das verpixeln. Sagt die Grafikabteilung, ey, du hast mir zehn Anweisungen geschickt und unten im Nebensatz steht irgendwo drin, dass du das verpixelt haben willst. Kannst du nicht erwarten, dass ich mir alles durchlese, wenn du mir so viel schickst. Also keiner von denen war zuständig, keiner wollte das haben. Im Endeffekt, wenn ihr es verpixelt haben wollt. Und was Reality hätten machen müssen, sie hätte das Material halt so bearbeiten müssen, dass selbst wenn es weitergegeben wird, dass dort keine verdächtigen Sachen mehr drin sind. Und das Dumme ist aber nun, dass sie halt ja Sprachwissenschaftlerin ist. Sie wusste halt nicht, mit welchen Tricks die NSA arbeitet. Und diese gelben Punkte sind aber nun wirklich eine uralte Geschichte. Die hat der EFF schon vor Jahren, ich glaube, das schon vor vier oder fünf Jahren haben die das mal veröffentlicht. Und es ist immer mal wieder vorgekommen, dass Leute halt Greenpeace Flyer oder so bei sich in der Firma ausgedruckt haben. Und dann haben die die auf der Straße verteilt und dann hat die Firma sich so einen Flyer genommen und hat dann halt gelben Punkte konnten, die nachvollziehen, welcher Mitarbeiter dafür zuständig war und dann wurde der entlassen, weil der Firmen Eigentum missbraucht hat und so weiter. Jetzt aber die tolle Nachricht, weil ihr seid ja hier alle tolle OMS-Vor-Spezialisten. Die Firmen machen das natürlich so billig wie möglich. Die gelben Punkte sind im Treiber drin, nicht in der Hardware. Wenn ihr euch einen Drucker kauft, einen Farblaserdrucker oder einen Farbtrinden-Strahldrucker, dann werden diese gelben Punkte über den Treiber gesetzt. Jetzt wisst ihr natürlich, wenn ihr nur schwarz-weiß druckt, dann könnt ihr schneller ausdrucken. Und wenn ihr aber Farbe ausdruckt, dann muss der Druckkopf immer hin und her zwischen den Patronen hin und her wechseln, dann dauert das länger. Das ist dem Hersteller aber total egal. Selbst wenn ihr schwarz-weiß druckt, werden die gelben Punkte reingedruckt. Der Drucker wird also langsamer. Wenn ihr das Ganze jetzt aber unter Linux betreibt, mit einem reinen Open-Source-Treiber, dann sind natürlich diese gelben Punkte rausoptimiert. Weil die Open-Source-Entwickler sagen sich, gelbe Punkte brauchen, wenn nicht so ein Schwachsinn. Also könnt ihr unter Linux könnt ihr halt schneller die schwarz-weiß-Seiten ausdrucken. Jetzt gibt es aber Hersteller, die machen natürlich ihren Drucker nicht öffentlich. Da müsst ihr so einen binären Blub runterladen unter Linux. Und da sind die gelben Punkte natürlich wieder drin. Also wenn ihr euch einen Drucker kauft, achtet bitte darauf, dass ihr einen reinen Open-Source-Treiber bekommt. Und dann macht bitte mal den Test. Drückt ein paar schwarz-weiß-Seiten unter Windows aus, sucht die gelben Punkte und ihr werdet sehen, es dauert länger. Dann drückt ihr dieselben schwarz-weiß-Seiten unter Linux aus und ihr werdet sehen, es geht schneller, weil auf die gelben Punkte verzichtet wird. Jetzt bin ich eigentlich auch schon durch. Ich habe euch drei Whistleblower vorgestellt. Ich habe euch erzählt, was sie gemacht haben, wie die die Daten durchgebracht haben, wie sie aufgeflogen sind und so weiter. Also letztendlich finde ich das natürlich toll. Wir brauchen solche Leute, weil wenn uns niemand auf die Verbrechen der Regierung aufmerksam macht, dann müssen wir alles glauben, was die Regierung macht und da wissen wir ja, dass wir das leider nicht können. Habt ihr denn noch Fragen? Sonst hätte ich jetzt fünf Minuten noch Zeit, eure Fragen zu beantworten. Ja, also Reality Winner ist noch in Haft, wartet noch auf ihren Prozess. Natürlich hat sich die NSA gefreut, dass sie so einfach aufklären konnte, wer halt dafür verantwortlich ist. Und ja, ich habe mal geguckt, es gibt so Kampagnen, als hier Bradley Manning in Haft war, da gab es ja so Kampagnen Free Bradley Manning, so eine Art Kampagnen sind auch für sie gestartet und es gibt auch ein Spendenkonto, um ihre Verteidigung zu organisieren und so weiter. Und ja, also als Bradley Manning in Haft war, da gab es auch so eine Kampagne, dass man ihm halt Postkarten und Unterstützung schreiben ins Gefängnis schicken konnte. Ich glaube, das geht bei ihr auch. Also wenn ihr sie unterstützen wollt, recherchiert mal nach ihrem Namen. Das Tolle ist ja, dass man in Amerika seine Tochter benennen kann, wie man möchte. Man kann sie auch Realität nennen oder Wahrheit oder Fluss oder so weiter. Und ja, also meiner Meinung nach ist sie wieder ein Opfer der Justiz und wird wahrscheinlich hart bestraft werden. Und ja, seid halt schlauer. Bewegt euch wie Snowden außerhalb der USA, macht es öffentlich, wenn ihr nicht mehr im Zugriff der US-Justiz seid. Und wobei bei Bradley Manning würde ich sagen, Bradley wollte, glaube ich, geschnappt werden. Und letztendlich ist er sich in seiner Haft ja auch erst klar geworden, dass er lieber eine Frau sein möchte und so weiter. Und jetzt ist natürlich sein Leben zerstört. Aber ich glaube letztendlich, anders wäre er auch nicht glücklich geworden, weil er wollte sich mit diesem Aspekt auseinandersetzen. Er war ja selber unzufrieden gewesen. Reality Winner wollte natürlich nicht verhaftet werden. Sie hat eigentlich alles richtig gemacht, bis auf das, dass sie das Material, das sie halt weitergegeben hat, dass sie das halt besser bearbeiten hätte müssen. Ja, also ich meine, letztendlich muss man natürlich entscheiden, wenn man Whistleblower wird, macht man es wie Snowden. Ich stehe mit meinem Gesicht dahinter und mein ganzes Leben ist kaputt oder ich veröffentliche es anonym. Reality Winner wollte es ja eigentlich anonym veröffentlichen. Sie wollte ja gar nicht ins Licht der Öffentlichkeit. Wenn man das anonym veröffentlicht, ist natürlich immer die Sache, dann kann die NSA immer sagen, ja, das hat irgendjemand anonym veröffentlicht. Wir wissen ja gar nicht, ob das echt ist. Das kann sich ja jemand ausgedacht haben und so weiter. Und wir bestreiten, dass das Material überhaupt echt ist und so weiter. Aber auf der anderen Seite, natürlich kann man nicht von jedem erwarten, dass er sein Leben wegwirft und zerstört. Und ich kann euch immer nur sagen, wenn ihr gegen eure eigene Regierung kämpft, dann zieht ihr immer den Kürzeren, weil die haben immer die besseren Anwälte, die haben immer mehr Geld, die haben immer bessere Ausdauer und so weiter. Also den Kampf könnt ihr eigentlich nur verlieren. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass man es deswegen nicht machen soll. Also entweder man macht es anonym. Wenn man es anonym macht, dann gibt es an Wikileaks weiter. Wikileaks hat, wie gesagt, noch keine seiner Quellen veröffentlicht worden, was natürlich auch keine Garantie ist. Aber ihr müsst das Material halt so aufbereiten, dass ihr es so weitergebt, wie man es auch wieder der NSA zurückgeben könnte, ohne dass sie es auf euch zurückverfolgen kann. Und bitte denkt immer daran, man kann eigentlich in allen Spuren hinterlassen. Verwendet keine PDF-Dokumente, verwendet keine Word-Dokumente. Erinnert ihr euch noch an den Fall? Es gab mal so einen Anonymous-Aktivisten, der hat seine Freundin fotografiert, also die Oberweite seiner Freundin, und hat das halt in sein Bekennerschreiben reingepackt. Wusste aber nicht, dass er seine GPS-Koordinaten im Foto noch mit drin hat als Metadaten. Und dann musste die Polizei natürlich nur zu seiner Wohnung fahren und ihn verhaften. Also denkt da dran, Metadaten sind überall drin. Nehmt reine Textdateien. Und selbst in reinen Textdateien kann man was reinkodieren. Ich kann hier am Ende des Absatzes noch drei Leerzeichen hinmachen, zwei Tabs und ein Backspace. Und schon habe ich da Daten reinkodiert, die man gar nicht angezeigt bekommt. Also wenn ihr das habt, dann optimiert die Whitespaces weg. Also die Nerds wissen dann, was man da machen muss. Und selbst wenn ihr das macht, kann man über Rechtschreibfehler oder über Grammatikfehler kann man immer noch Sachen in die Texte hineinkodieren, die man aus dem ersten Blick gar nicht so richtig sieht. Und schon damals, als wir noch den Kalten Krieg hatten, da haben die, der BND hat eigentlich ziemlich abgelust, aber die aus dem Osten konnten ziemlich hochkarätige Spione bei uns einschleusen, also die aus der ehemaligen DDR. Und wenn die die Daten nach Russland weitergegeben haben, dann haben die das immer wieder abgetippt, weil die haben nie die Fotokopien weitergegeben, weil da hätte am Rand irgendwo eine Aktennotiz sein können, die irgendjemand hätte enttarnen können und so weiter. Macht sowas nie. Ich bin aber am Ende meines Vortrags. Ich danke euch fürs Zuhören. Warte, ich habe noch eine Folie. Wenn ihr an Überwachung denkt, dann denkt immer daran, diese ganze Überwachung ist nicht dazu da, um Terroristen zu fangen, sondern um uns zu fangen. Sie wollen nämlich die Whistleblower fangen, damit wir nicht die Verbrechen der Regierung öffentlich machen. Einem Terroristen ist es völlig egal, dass die Welt überwacht wird. Der freut sich ja noch, wenn er gefilmt wird dabei, wenn er sich in die Luft sprengt. Die ganzen Filmkameras stehen nur dazu da, um uns zu überwachen, damit wir halt nicht unsere Regierung entlarven können. So, falls ihr noch Fragen habt, ich laufe hier noch rum. Ansonsten könnt ihr mich dort kontaktieren und ich danke euch fürs Zuhören. Applaus 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 Vielen Dank.